Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Löwe, du kannst dich glücklich schätzen, denn eine unerwartete Chance taucht am Horizont auf und führt dich auf den Weg, den du schon lange gehen wolltest. Diese unvorhergesehene Gelegenheit könnte dich in die Arme der Liebe führen, deine beruflichen Ambitionen vorantreiben oder dir eine neue Lebensweise eröffnen, nach der du dich schon lange sehnst. Auf dieser transformativen Reise könnten deine Freunde eine entscheidende Rolle spielen, indem sie dich unterstützen und dir Gesellschaft leisten. Auch wenn es ratsam ist, vorsichtig vorzugehen, solltest du nicht zulassen, dass deine Befürchtungen deinen Fortschritt behindern. Solche goldenen Chancen sind selten und müssen ergriffen werden. Geduld, eine Tugend, die tief in dir verwurzelt ist, wird heute dein Leitfaden sein, wenn du durch komplexe Situationen navigierst. Wenn die Lage brenzlig wird und deine üblichen Problemlösungsstrategien unwirksam erscheinen, denke daran, dass Geduld der Schlüssel ist. Übe diese Geduld auch mit anderen, mit der Situation und vor allem mit dir selbst macht dir klar, dass du nicht die alleinige Verantwortung dafür trägst, jedes Problem zu lösen. In herausfordernden Momenten kannst du dich an Yoga wenden, um deine Widerstandsfähigkeit und innere Stärke zu kanalisieren, denn Yoga hat die Kraft, deinen Geist zu beruhigen und deinen Geist zu erheben. Du wirst dich in Situationen wiederfinden, in denen es sich als fruchtbarer erweist, eine selbstbewusste Haltung einzunehmen, als den Frieden zu suchen. Lass dich auf deine leidenschaftliche Seite ein und behaupte dich, ohne nachzugeben. Deine Hingabe an deine Arbeit und die Stärke deiner Überzeugungen werden belohnt und unterstreichen den Wert deiner Meinung. Kommunikation könnte sich heute wie ein harter Kampf anfühlen, besonders in deinen engsten Beziehungen. Es ist eine Planetenkonstellation im Spiel, die ein Gefühl der Distanzierung fördert. Diese emotionale Distanz könnte von einer Flut von beruflichen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten herrühren, die eure gemeinsame Zeit beeinträchtigt haben. Auch wenn es zu verletzten Gefühlen kommen könnte, solltest du dich darauf konzentrieren, Zeit mit deinen Lieben zu verbringen und deine Gefühle offen auszudrücken, um die Kluft zu überbrücken. Genieße die Vorfreude auf einen Zustrom von Positivität und Freude, wenn sich unerwartete Ereignisse zu deinen Gunsten entwickeln. Ob es sich um eine zufällige Begegnung, eine lang erwartete Nachricht oder einen unvorhergesehenen Glücksfall handelt, dieser Tag verspricht unverfälschtes Glück. Lass die Energie dieser himmlischen Konstellation deinen Geist mit neuem Enthusiasmus und einem Gefühl der Ehrfurcht erfüllen. Dieses Glück erinnert dich daran, dass die Herrlichkeit des Lebens oft in seiner Unvorhersehbarkeit liegt. Wenn das Universum dir dieses Geschenk macht, genieße die strahlenden Schwingungen und trage dieses Gefühl der Zufriedenheit mit dir, denn es leuchtet auch nach dem Ende des Tages weiter. Die Konstellation zwischen dem Schützemond und dem rückläufigen Neptun ermutigt dich dazu, dein innerstes Vorbehalt los zu umarmen. Losgelöst von den gesellschaftlichen Zwängen gibt dir diese Konstellation die Möglichkeit, dein authentisches Selbst frei mit der Welt zu teilen. Genieße heute die Freiheit, deine Einzigartigkeit zu zeigen, ohne Angst vor Zurückweisung durch Freunde, Familie oder Kollegen zu haben. Nimm dein ganzes Wesen an und erkenne, dass die Umarmung deiner wahren Natur die reinste Form der Selbstdarstellung ist. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Die Karte Herrscher steht für Autorität, Struktur und Führung. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute die Qualitäten des Herrschers verkörpern könntest, zu denen Durchsetzungsvermögen, Stabilität und strategisches Vorgehen gehören. Sie steht für eine Zeit, in der du die Verantwortung übernimmst, Ordnung schaffst und deine Autorität durchsetzt. Der Herrscher ermutigt dich, deine Führungsqualitäten zu nutzen und Entscheidungen mit Klarheit und Zuversicht zu treffen. Er erinnert dich daran, dein Leben organisiert und diszipliniert anzugehen. Diese Karte lädt dich dazu ein, ein Gefühl von Struktur und Stabilität in deinem Umfeld zu schaffen. Als Begleiter des Herrschers haben wir den Stern. Diese Karte steht für Hoffnung, Inspiration und ein Gefühl der Erneuerung. Sie steht für eine Zeit der Heilung, des Optimismus und das Potenzial für eine strahlende Zukunft. Der Stern lädt dich ein, mit Hoffnung und Inspiration in die Zukunft zu blicken. Er erinnert dich daran, dass es auch in schwierigen Zeiten das Potenzial für Heilung und Erneuerung gibt. Diese Karte steht für eine Zeit, in der du auf das Universum vertrauen und dich auf deine wahre Bestimmung ausrichten musst. Der Herrscher und der Stern bilden zusammen eine kraftvolle Kombination für diesen Tag. Der Herrscher steht für Führung und Autorität, während der Stern für Hoffnung und Inspiration steht. Mach dir heute die Energie des Herrschers zu eigen, indem du deine Autorität unter Beweis stellst und Struktur in dein Leben bringst. Übernimm deine Verantwortung und triff Entscheidungen mit Klarheit und Zuversicht. Gleichzeitig kannst du die Energie des Sterns verkörpern, indem du hoffnungsvoll und optimistisch in die Zukunft blickst. Vertraue auf den Prozess der Heilung und Erneuerung und richte dich auf deine wahre Bestimmung aus. Diese Lesung steht für einen Tag der Führung, der Inspiration und des Potenzials für Heilung und Erneuerung. Mach dir die Energie des Herrschers zu eigen, indem du dein Leben in die Hand nimmst und dir ein Gefühl der Stabilität verschaffst. Nutze die transformativen Qualitäten des Sterns und blicke voller Hoffnung und Inspiration in die Zukunft. Denke daran, dein Leben organisiert und diszipliniert anzugehen, und vertraue auf das Potenzial für Heilung und Erneuerung. Wenn du die Qualitäten des Herrschers und des Sterns kombinierst, kannst du mit einem Gefühl von Autorität und Optimismus durch den Tag gehen und das Potenzial für positives Wachstum und die Ausrichtung auf deine wahre Bestimmung nutzen.